Moin, herzlich willkommen zum sechsten Video der Abitur-Playlist aus dem Bereich der linearen Algebra. Hier ist wieder eine Aufgabe aus dem Abitur. Nimm dir ein bisschen Zeit, pausier das Video und ich bin sehr gespannt, ob du auf die richtige Lösung kommst. Starten wir mit Aufgabe A. Wir sollen die Inverse-Matrix zu M angeben. Wir wissen auf jeden Fall, eine Matrix mit der Inversen multipliziert ergibt immer die Einheitsmatrix. Das können wir uns einmal aufschreiben. M mal M hoch minus 1 ist die Einheitsmatrix. Und ja, die Matrix M haben wir natürlich hier schon gegeben. Das müssen wir jetzt also multiplizieren mit der Inversen-Matrix. Die Inverse haben wir nicht gegeben. Es ist auf jeden Fall eine 3x3-Matrix, drei Zeilen, drei Spalten, aber die Einträge, die Parameter sind alle unbekannt. Und somit können wir einfach mal das nach dem Alphabet durchnummerieren. Das wäre hier unsere Inverse, die gesucht ist. Und das Ergebnis ist einfach die Einheitsmatrix. Auf der Diagonalen einfach nur Einsen und sonst Nullen. Und jetzt haben wir eine Matrizen-Gleichung Matrix mal Matrix ist gleich Matrix. Und jetzt können wir dafür das sogenannte Falk-Schema benutzen. Wir schreiben die jetzt einmal untereinander so auf, machen zwei Striche. Das hatte ich in den letzten Videos schon ganz oft gezeigt. Das ist sehr übersichtlich. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Aber ich benutze sehr gerne das Falk-Schema, damit ich mich nicht verrechne. Nun muss man sich verschiedene Gleichungen aufstellen. Und aus diesen Gleichungen muss man einfach Rückschlüsse ziehen, wie die Parameter a, b, c und so weiter alle lauten. Wir schauen uns mal hier die erste Zeile an und die erste Spalte. Und das Ergebnis soll ja die Zahl 1 ergeben. Das heißt, wenn wir die Zeile mal Spalten multiplizieren, soll 1 herauskommen. Das können wir jetzt einfach mal aufschreiben in Form einer Gleichung. Dann würde dort stehen, a mal 0 plus d mal 1 plus g mal 0 ist gleich 1. Und jetzt können wir uns mal überlegen, was uns diese Gleichung bringt. Wir wissen auf jeden Fall, dass d gleich 1 sein muss, weil 1 mal 1 ist 1. Und a und g sind komplett beliebig. Das können wir jetzt aus dieser Gleichung gar nicht Schlussfolgern. a könnte 1000 sein oder eine negative Zahl und g auch. Das wird es am Ende nicht sein. Aber nur aus dieser Gleichung können wir Schlussfolgern, dass d gleich 1 sein muss. Diese Parameter können wir einfach schon mal eintragen und ersetzen. Und haben jetzt schon den ersten von neun Parametern berechnet mit Hilfe dieser einen Gleichung. Machen wir weiter. Gucken wir uns die zweite Zeile einmal an und das Ergebnis soll hier 0 sein. Da können wir wieder eine Gleichung formulieren. Da würde stehen, a mal 0 plus d mal 0 plus g mal 1 ist gleich 0. Und ja, hier können wir auf jeden Fall auch Schlussfolgern, dass g 0 sein muss, weil es soll ja 0 rauskommen. Und 0 mal 1 ist 0. Und mit Hilfe dieser Gleichung kann ich auf die Parameter a jetzt nicht schließen. D habe ich in unserem Fall schon, aber das ist hier auch irrelevant. Also ich weiß, g ist gleich 0. Mache ich noch einmal beispielhaft weiter für eine weitere Zeile. Ich gucke mir die dritte Zeile an und multipliziere wieder mit der ersten Spalte. Dort soll 0 rauskommen. Wenn ich die Gleichung aufschreibe, steht dort a mal 1 plus d mal 0 plus g mal 0 ist gleich 0. Und hier kann ich auf jeden Fall auch 100% mit 100%iger Sicherheit sagen, dass a gleich 0 sein muss, damit diese Gleichung am Ende aufgeht. Und ja, a kann ich nochmal ersetzen. Schreibe ich oben eine 0 rein. Jetzt habe ich schon mal drei Einträge berechnet. Und ja, es wird jetzt ein bisschen langwierig hier in diesem Video jetzt nochmal das gleiche 6 mal zu machen. Deswegen gebe ich euch einfach mal die Lösung an, was am Ende herauskommt. Es wird genau diese inverse Matrix mit diesen Einträgen herauskommen. Die kann ich mir aufschreiben. Und das ist jetzt schon unser Ergebnis. Kannst ja gerne mal kommentieren, ob du auf die richtige Lösung gekommen bist. Wir machen jetzt einmal mit Aufgabe B weiter. B ist relativ untypisch. Hier besteht jetzt irgendwas von Vertauschungsmatrizen N. Und die sollen eine folgende Bedingung erfüllen. Wenn man diese Vertauschungsmatrix mit einem Vektor multipliziert, so sind im resultierenden Vektor im Vergleich zu V genau zwei Einträge vertauscht. Und es steht ja oben im Text, was eine Vertauschungsmatrix ist, also die Eigenschaften einer Vertauschungsmatrix. Und es gibt jetzt hier nicht das perfekte Rezept, wo ich sage, du musst genau so vorgehen, so oder so. Das gibt es nicht. Hier muss man ein bisschen ausprobieren und ein gewisses Muster erkennen. Ich zeige dir mal die Lösung und sage dir auch, wie man darauf kommt, wie man sich dieses Muster erklären kann. Ich schreibe dir mal eine Matrix auf. Das ist eine Matrix N. Und was hier auffällt auf jeden Fall, was auf jeden Fall am Ende das Ergebnis sein wird, dass auf der Diagonalen eine 1 stehen muss. Das gibt es natürlich noch in zwei anderen Fällen. Wir haben jetzt hier auf der Diagonalen auch eine 1 und bei dieser Matrix, bei der Diagonalen auch eine 1. Die sind alle unterschiedlich und wenn du eine 1 auf der Diagonalen schon mal setzt, sind die anderen Zahlen auf jeden Fall fest definiert, weil wir in jeder Zeile und jeder Spalte ja nur genau einen Eintrag mit einer 1 haben sollen und alle anderen müssen 0 sein. Und jetzt können wir natürlich beispielhaft mal überprüfen, was passiert, wenn wir die erste Vertauschungsmatrix nehmen und mit unserem Vektor V multiplizieren. Da kommt natürlich als Ergebnis wieder ein Vektor raus und wir können jetzt hier einfach mal die erste Zeile mit dem Vektor multiplizieren. Und wenn wir das machen, wird auf jeden Fall der erste Eintrag rauskommen und das wird die 1 sein. Und hier könnte man vielleicht schon folgendes Muster erkennen. Wenn wir eine 1 auf der Diagonalen haben, was wir in diesem Fall hier haben, oben links die 1, wenn wir die mit einem Vektor multiplizieren, egal mit welchem Vektor, in diesem Fall V, wird sich die Komponente nicht ändern. Also die 1 bleibt die 1. Machen wir mal weiter. In der nächsten Zeile sehen wir, die 1 steht jetzt hier in der Matrix nicht auf der Diagonalen und das Ergebnis kommt jetzt in die Mitte. Und wenn wir das miteinander multiplizieren, kommt hier die 4 raus. Hier sehen wir schon, die Einträge sind auf jeden Fall vertauscht. Machen wir noch einmal weiter mit unserer letzten Zeile. Da kommt die letzte Komponente raus und hier wird die 3 rauskommen. Das heißt, diese Matrix erfüllt genau unsere Bedingungen. Wir haben jetzt nämlich genau zwei Einträge, die genau vertauscht sind und ein Eintrag ist halt nicht vertauscht. Und diese Bedingung ist nur gegeben, wenn wir auf der Diagonalen genau eine 1 haben. Wenn man auf der Diagonalen gar keine 1 hätte, kannst du einfach mal ausprobieren, dann würden sich alle Einträge komplett vertauschen. Und jetzt gibt es noch den dritten Fall, wenn man mehr als eine 1 auf der Diagonalen hat, dann kann man nur auch die dritte 1 auf der Diagonalen setzen. Dann hat man also die Einheitsmatrix und dann wird nichts vertauscht, kein Eintrag vertauscht. Und diese 3 Fälle gibt es und das ist halt genau das Muster, was man bei dieser Aufgabe erkennen sollte. Unsere finale Antwort ist somit, dass auf der Diagonalen genau eine 1 vorhanden sein muss und die 3 Vertauschungsmatrizen hatte ich dir ja schon angegeben. Und somit sind wir mit dieser Aufgabe fertig. Kannst du ja gerne mal kommentieren, ob du drauf gekommen bist. Und im nächsten Video, siehst du es eingeblendet, geht es weiter mit einer weiteren spannenden Abituraufgabe. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.